Wir haben heute früh kurz nach vier einen Notruf erhalten von einem Anwohner, dass hier in der Rudnick-Ecke-Rusche-Straße gerade Autos gestohlen werden. Und meine Kollegen von der Zivilstreife sind hierher gefahren, haben tatsächlich einen Wagen festgestellt, der, so wie es aussieht, gerade entwendet werden sollte. Da saßen auch Personen drin. Und bei der Überprüfung hat dann der Täter Gas gegeben und hat meinen Kollegen mitgeschliffen. Und zwar so, dass er dabei schwer verletzt wurde. Die vierte Mordkommission hat jetzt hier die Ermittlungen übernommen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen bearbeitet das eine Mordkommission. Und wir fahnden jetzt nach dem gestohlenen Fahrzeug. Können Sie was Näheres zu dem Fahrzeug sagen? Nach den ersten Ermittlungen handelt es sich um einen weißen Audi, der jetzt in Erfahrung ist.